Lore am Sonntag Heute Der Weiße Mantel In unserer Lore am Sonntag stellen wir euch verschiedene Gruppierungen, Personen oder Ereignisse der Guild Wars 2 Geschichte genauer vor und in dieser speziellen Ausgabe geht es um den Weißen Mantel. Der Weiße Mantel ist die direkte Gegenfraktion der Menschen und spielt aktuell in der lebendigen Welt Staffel 3 eine wichtige Rolle. Die Informationen zu diesem und zu kommenden Lore-Artikeln stammen hauptsächlich von der offiziellen Webseite aus Guild Wars 1 oder dem offiziellen Wiki. Der Weiße Mantel Der Weiße Mantel ist ein Orden der Menschen, welcher sich den Mursad verschrieben hat und mit ihrer Hilfe lange Zeit Kryta kontrollierte. Erst durch den Krieg in Kryta und den Eingriff des Spielers in Guild Wars 1 wurde der Weiße Mantel seiner Macht beraubt und zu Operationen im Geheimen gezwungen. In Guild Wars 2 traf man bis zur lebendigen Welt Staffel 3 nur sehr vereinzelt auf ihre Mitglieder. Denn der Mantel war nur noch ein Schatten dessen, was sie noch kurz nach den Scharkriegen waren. Inzwischen ist der Weiße Mantel unter der Führung von Beichtvater Kaudekos zurückgekehrt und bedroht Kryta aktiv. Die Gründung des Weißen Mantels Saul D'Alessio war ein Trinker, Spieler und beim örtlichen Wettbüro hochverschuldet. Nachdem er einige Überfälle begangen hatte, um Geld aufzutreiben, wurde er von einem seiner Opfer enttarnt und als Dieb verurteilt. Er wurde von den Behörden verbannt und im Maguma-Dschungel nach einem dreiwöchigen Ritt ausgesetzt. Alleine wanderte er durch das Unterholz und entdeckte nach einigen Tagen eine atemberaubende Stadt mit Türmen, die bis zum Himmel ragten. Die Wesen, die diese Stadt bewohnten, waren groß, dünn und hatten flügelähnliche Gebilde auf dem Rücken. Ihre Stimmen waren melodisch und es wirkte so, als schwebten sie über dem Boden. Saul warf sich den Wesen zu Füßen und von nun an waren die Mursad seine Götter. Er kehrte mit neuer Energie und einem neuen Glauben nach Kryta zurück, welches sich inzwischen nicht nur im Krieg mit den Menschen gilden, sondern auch mit den Schah befand. Saul D'Alessio erzählte von seinen Göttern und versammelte immer mehr Anhänger um sich herum. Die engsten Vertrauten erhielten weiße Roben, die mit Goldfäden bestückt waren. Der weiße Mantel war geboren. Der Kampf gegen die Chah Während das Volk Krytas einer Niederlage im Kampf gegen die Chah entgegenblickte, sähte Saul mit seinem Glauben und seiner neuen Armee Hoffnung in den Herzen der Menschen. Die Erfolge stellten sich früh ein und die Chah wurden nach und nach über die Zittergipfel in ihr altes Territorium zurückgedrängt. In der letzten Offensive in das Chah-Land verloren Saul D'Alessio und seine Truppen allerdings ihr Leben. In der offiziellen Geschichte, die man in Kryta erzählt, wurde er zum Märtyrer seines Volkes. So sollten die Chah in einem Hinterhalt gelauert und den überraschten weißen Mantel brutal abgeschlachtet haben. Aus dem Bonus Mission Pack wissen wir jedoch, dass Sauls Plan gelang und sie in das Chah-Lager eindringen konnten. Im dunkelsten Moment der Schlacht hatte er jedoch die Unsichtbaren zu Hilfe gerufen. Diese haben zwar den Kampf für den Mantel gewonnen, doch allen Mitgliedern von Sauls Truppe das Leben genommen, da diese nicht würdig waren, den Mossad zu folgen. Nur ihr Anführer Saul durfte überleben und wurde von den Unsichtbaren verschleppt. Wohin dieser verschleppt wurde, ist weiterhin allerdings unklar. Nach dem Tod bzw. dem Verschwinden von Saul Nach dem Verschwinden von Saul D'Alessio übernahm Beichtvater Dorian die Leitung des Weißen Mantels. Als Organisation wuchsen sie weiter und bekamen Positionen in allen wichtigen Ämtern Krytas. Sie kümmerten sich fortan auch um die Leitung des Militärs in Kryta und in ihren Tempeln befanden sich für Notfälle große Waffenlager. Durch die Flucht der Königsfamilie gab es zudem keinen rechtmäßigen König, sodass sich die Macht des Mantels immer weiter ausbreitete. Sie zwangen den Leuten die Regeln der Unsichtbaren auf, belohnten diejenigen, die sie befolgten und bestraften die, die es nicht taten. Zudem hatte der Orden ein dunkles Geheimnis, von dem nur die Ranghöchsten etwas wussten. So suchten sie mit Hilfe des Auges von Jantir nach Auserwählten, die dann auf einem Blutstein an die Mursat geopfert wurden. Diese Auserwählten hätten Teil der Flammensucher-Prophezeiung sein können und wurden deshalb vorsichtshalber aus dem Weg geräumt, da diese Prophezeiung das Ende der Unsichtbaren ankündigte. Dieses dunkle Geheimnis wurde von der glänzenden Klinge entdeckt, welche von nun an im geheimen Imaguma-Dschungel operierte, um die sogenannten Auserwählten zu retten. So entstand eine Fede zwischen der Klinge und dem Mantel, welche später im Krieg in Kryta seinen Gipfel finden sollte. Dem Spieler in Guild Wars 1 gelang es, zusammen mit Evenia, der glänzenden Klinge, und dem Visier, die Mursat aufzudecken, sich gegen sie zu schützen und sogar gegen sie zu kämpfen. In der Mission Feste Donnerkopf konnte die Gruppe sogar Beichtvater Dorian, also den Kopf des Mantels, besiegen. Sein Amt als führende Position im Mantel ging an Justitia Isaria über, welcher den Orden zu noch mehr Brutalität antrieb. Der Krieg in Kryta Nach einem ersten Machteinbruch des Mantels in Kryta formierte sich unter der Leitung der glänzenden Klinge eine Widerstandsbewegung. Unter den Rebellen befand sich auch Prinzessin Salma, rechtmäßige Königin von Kryta. Der weiße Mantel machte sich von nun an Selbstfeinde im Volk, da sie verschiedene Leute beschuldigten, mit den Rebellen Kontakt gehabt zu haben. So konfiszierten die Friedenswächter, also Söldner, die vom Mantel angeheuert wurden, ernten von Bauern und bestraften verschiedene Kaufleute und Händler. Die glänzende Klinge sammelte währenddessen Hilfe von den Asura und der Ebon-Vorhut im Auge des Nordens. Die Lage spitzte sich zu und die glänzende Klinge begann mit verschiedenen Operationen einen Krieg gegen den Mantel. Justitia Isaria reagierte auf die Manöver der Klinge und trug den Krieg bis vor die Tore Löwensteins. Dabei attackierte er nicht nur mit dem weißen Mantel, sondern auch direkt mit den Mursad und ihren Jade-Konstrukten. Letztendlich siegte jedoch die Klinge und der weiße Mantel verschwand ohne Anführer und Organisation in den Untergrund. Viele flohen in Richtung Maguma-Dschungel. Der weiße Mantel in der Gegenwart Ein großer Teil des weißen Mantels befindet sich aktuell immer noch im Maguma-Dschungel. Von dort aus führen sie einige Operationen gegen Königin Jena und Kryta im Allgemeinen. Sie haben Kontakte zur Unterwelt und eine kleine Zelle im Königinental. Die glänzende Klinge ermittelt noch immer gegen sie. In der Personal Story trifft man auf den Orden, wenn man ohne seine Eltern aufgewachsen ist. Dort findet man heraus, dass sie Opfer eines Hinterhalts des Mantels geworden sind und man erhält das Versprechen, dass die Klinge nach den Mördern suchen wird. Mit der ersten Episode der lebendigen Welt trat der Mantel aus dem Schatten und zeigte sein wahres Gesicht. Über Jahre hatten sie am Blutstein im Blutsteinsumpf gearbeitet, um seine Essenz für einen kommenden Krieg in Kryta zu verwenden. Dabei entstand eine Explosion, die weite Teile Tyrias hätte zerstören können, wenn sie nicht vom Mursat Lazarus absorbiert worden wäre. Letzterer wurde von einer anderen Gruppe des Mantels im verlassenen Dickicht, der ersten Raid-Instanz in Guild Wars 2, wiederbelebt. Kaudecus, inzwischen offizieller Beichtvater und damit Anführer des Weißen Mantels, arbeitete jedoch nicht mit Lazarus zusammen. Der Mossad interessierte sich nämlich nicht für den Thron Krytas, sondern eher für einen Kampf gegen die Altdrachen. Er bot unserer Heldengruppe sogar ein Bündnis für diesen Kampf an. So entstand eine Teilung innerhalb des Mantels in die Anhänger von Kaudecus und die Anhänger des letzten Mursats Lazarus. In der Episode Kopf der Schlange greift der Weiße Mantel unter der Führung von Kaudecus Götterfels über das Gebiet des Doriksees an. Der Kommandeur der Drachenwacht muss diesen zurückschlagen und den Kampf zum wahnsinnigen Beichtvater bringen. Untertitelung des ZDF, 2020